Moin moin und da sind wir wieder bei Dawn of War 2. So, dann mal wieder ab auf die Brücke und die nächste Verteidigungsmission. Hoffentlich stellen wir uns jetzt ein, stelle ich mich diesmal jetzt ein bisschen besser an. So, das sind noch die gleichen Gegenstände, die alle da bleiben. So. Du, 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 du. Hier die Verteidigungsmission wollten wir machen. Das sind Tyrannien. Okay. Granat dabei. Und Supercifier. Also ein Feli ist dann gut für geeignet, um reinzukommen. Er kann auch raus-Thenopatieren. Und Davinswool. Ja, wir lassen einfach diese Zusammensetzung. Der Arbeiten wir bisher, zumindest bei Verteidigungsmissionen, erstmal weiter. Also für... Für andere Missionen, wo was getötet werden muss. Irgendwie so ein Hauptziel. Da wird aber schon ein Sunnius eingepackt. Erinnern, Commander. So, wer hat er jetzt noch da? Hier ein hin. Hier ein. Da ein. Geht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein heute Abend das auf die Schnauze bekommen Was haben die eigentlich für eine Kanone dabei dabei? Benon Kinnon? Naja, was immer das jetzt genau sein soll Wo sollen sie kommen? Dieser Pfeil ist doch... Arithus ist hier Rauspringen Rauspringen Ein bisschen laut Und bitte einmal reinspringen Sehr So, gut Arithus, wieder ab hier nach unten Arithus! 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 Na komm ran Die Pfeifen sich schon wieder gegenseitig an Habe ich eigentlich hier Habe ich eigentlich hier Ne, ich würde Seilers dabei haben Den Antillerieschlag Sollte ein Braucher sein, um die da ran zu holen Die Pfeifen sich schon wieder nach unten Okay, wenn der Dicke nicht ran will Dann habe ich damit kein Problem Dann habe ich damit kein Problem Arithus, bitte mal verschwinden Boah, unseren Commander ziehe ich glaube ich auch noch Blöde... Die nächste Terminator-Rostung geht glaube ich an unseren Commander Die nächste Terminator-Rostung geht glaube ich an unseren Commander Kommen Arbeiten wir uns halt ein bisschen vor Wenn die Gegner nicht kommen Soll So, und jetzt aber bitte wieder kurz zurück Avidus, mach keinen Scheiß. Avidus, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Avidus, mach keinen Scheiß. Kuhn, mach keinen Scheiß. Der Carnifact stellt sich schon wieder so blöd an. Wären sie nicht so dumm, wären sie eine echte Gefahr. Der Schrein ist sicher. Der Emperor war heute mit uns. Natürlich ist er doch immer. Ich hab ihn auf der Schnellwahl-Taste. Ja, und zwei Deployments dazu. So soll das aussehen. Ja, genau. So. Sehr schön. Dann kurzer Aufnahmestopp und gleich die letzte übrig gebliebene Verteidigungsmission. Bis dann. 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 Bis dann.